Sollte man halt ein bisschen ruhiger, einfach mal ein bisschen zocken. Mal schauen, ob das was wird. Ich nehme mal ein bisschen Energie. Oh, Mann, was soll ich denn? Fuck. Ah, verdammt. Aber das wird eng. Jawohl. Boah, Leute, glaubt mir, das ist so schwer mit Tastatur. Fuck. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also erstmal aufladen, sonst geht ja gar nichts. Aber die Atmosphäre und Säule, das schockt echt total. Mega geil. Also erstmal abspeichern. Das wären wir uns ansonsten zu nennen. Nennen wir mal hier, das geht nicht. Weiter, weiter, weiter. Zieh, Junge. Das war ein bisschen. So. Auf geht's. Das ist der Berlin-Karton. So. No. Komm her. Jawoll. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die... Oh, wie ein Erdbeeren. Geil. Und es geht wieder weiter. Das ist schon mal richtig nice. Weiter ins Höhlen-System. Noch mehr Blut. Noch mehr Verstümmelungen. So. Ja, ihr bekommt sicherlich auch mit, dass ich heute echt recht ruhig bin. Find ich auch vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man echt wirklich mal ein bisschen das Spiel genießen kann. Aber ich bin echt noch gut angeschlagen von diesem scheiß Virus da, den ich mir eingefangen hab. Schlimm. Wo musste ich hin? Oh ja. Da hinten... Da ist irgendwie frei. Da könnte ich runter. das ist schon mal gut. Dann machen wir das. Oh, was ist denn das? Das... gab's denn nicht auf dem Gameboy. was ist denn... Was ist denn da? Wann ist das? Wer ist denn da? Der Zaun schluckt ja auch mega. Verdammt. Falsch gefuckert. Ah. Wow. Das ist aber so knapp gewesen. Wahnsinn. Wie fährt. Geil. Ey. Ganz ehrlich. Komplett neu der Scheiß. Wie geil. Boah. Das Turbulence. Na, los geht's. Boah. Das hab ich hier grad voll geflasht. Boah. Das hab ich hier grad voll geflasht. Aber. Auch mit neuen Bossen und so weiter. Das ist schon echt geil. Okay. Okay. Das ist doch wirklich mal offensichtlich. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Hm? Ah. Sehr gut. Okay. Hey. Ich glaub, da komm ich jetzt erstmal nicht weiter. Ich mach auch erstmal gleich eine kleine Pause. Damit das Video nicht zu langen wird. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh. Äh. Speicherpunkt. Das habt ihr schon so sehr gut gefallen. Das ist ja gut. Ja. Das ist ja gut. Oh. Ja. Das ist ja gut. Ich hab ihn. Das hier sieht doch auch verdächtig aus. Jawohl. Okay, irgendwie soll das hier auch nicht sein. Aber man muss doch echt mal sagen, gut gemacht. Richtig schick. Auch die Sounds und die Melodie und... Au, wow. Wie geil. Jawohl. Geil. Leute, wie das fährt. Ich hab mich echt erschrocken. Oh, wo bin ich jetzt? Ja. 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 Die Ausflug. Sehr schön. Erstmal speichern. Mann, Mann, Mann. So, bis gleich.